Warte, ich komm mit dem Raptor, ich bin zu schwer von Raptor Ja gut, dann kommen wir mit einer Granate runter Das ist so dieses typische eklige Raptor Problem Ah, einfach mal schnell auf dem Raptor und los Okay, ich komm Ja, ich bin wahrscheinlich sowieso schneller als der Raptor Lauf So, jetzt ist alles weg So, jetzt probier mal Jetzt müsstest du es bauen können, ganz normal Weil weiter Oder sonst müssen wir da vorne noch die ganzen Ich hab eine Ast hier Jemand oben mit einer Foundation, der mal schnell gucken kann Normal läuft mal die komplette Kompletten Hügel ab Okay, ich bin jetzt schon ziemlich weit an deren Base Wo bist denn du? Ich steh direkt vor der Haustür Ist jetzt noch jemand oben? Ist noch da oben Bei uns oder bei denen vor der Haustür? Ich bin da bei uns So, da bin ich ja auch noch hier Ah, hier, warte Wollen wir mal nicht gegenseitig werden? Leute, ist noch jemand oben? Ja, ich bin oben Guck mal bitte, ob du jetzt am Ende Der Küste was setzen kannst Eine Foundation So, wenn das klappt Dann fress ich den Besen ey Guten Appetit Was machst du jetzt? Willst du jetzt da rein? Ich schmeiß dir durchs Fenster eine Granate Wir müssen aber da reinkommen irgendwie Wenn da eine Granate reinfliegt Ist ja da alles kaputt, die haben Holzböen So unbedingt mal dieses Motion Blurren Äh, Quality Blumen Dings ausmachen Ja, geht jetzt zum Bauen Oder, oder? Ich bin jetzt da, ich kann gucken Sieht gut aus, sieht gut aus Geht Ich mach jetzt hier die... Ja, perfekt Dann können wir ja Dann bauen wir gleich Willst du jetzt da reingeschmissen? Ne, noch nicht, die machen das Fenster grad nicht auf Ich hab noch 10 Granaten Ich mach mal noch 10 Granaten Kann man jetzt bauen, hab ich jetzt nicht überzeugt Komplett, ja Ja, man kann Okay, super Nein, Speedo hat sich gedreht, du Wichser Naja, komm jetzt zurück, lass die mal machen Die haben eh nichts mehr Die haben keine Tiere, die haben nichts Wir müssen aber dafür sorgen, dass sie sich nicht wieder aufbauen Ach Also ich hätte noch 10 Granaten, die können wir da reinschmeißen Willst du die hier auf der Insel aufbauen? Das sag ich jetzt Ne, das sag ich jetzt Wir können uns von der Seite reinspringen Die haben auf einer Seite noch einen Feldstein Oder halt auch einfach stumpf durch die Tür geht auf Kammer, Granaten runter Ja, dann schnell, schnell, schnell 10 Granaten Und da kommen sie von allen Seiten mit ins Spinos Nimmt hier die Ecke, wa? Ja, ich weiß zwar nicht, ob das ein Anbau ist Aber jetzt würde ich einen Quedrigan haben Warte ich, oh Hast du nicht gedacht Ja, die haben bestimmt nur die Außenwände aus dem Tag Warte, 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 warte Steigt ab Wer hat denn die Granaten? Ich Lass einfach das Dach aufsprengen Ja Da sind wir auf Nummer sicher das Macht einen großen Radius Und äh Wenn wir durchs Dach raufkommen Machst du das Tor wieder zu, Lupus? Ja kommst du, brauchst du vom Spino absteigen Warte mal, ich kann mich hier grad ein bisschen durch die äh Hm, Base, ach das Tor Das Haupttor Kann ich zumachen, ja Stimmt, man kommt nicht drauf Scheiße Also hier ist der Hauptkern Ich hab einen aufm Kopf Schau mal, wenn der sich hier so rein stellt Wir sollten nicht auf 10 Granaten reichen Na, für ne Metalltür nicht Doch, ein halbes Leben Kann ich in die Base krank Ach stimmt, ach stimmt Man macht ja doppelt so Schaden What the fuck Was meinst du, was ich die ganze Zeit gemacht hab? Stand grad in der Base Aber bin dann wieder rausgeklitscht sozusagen Wegen Leck, ne? Ne, nicht wegen Leck, wenn du hier absteig... Ah ok, doch nicht Ok, kommst du aufs Dach, ich bin aufm Dach Oben ist nicht die Ausartiges Also die einfach... Theoretisch Kannst du mal ne Granate in meinen Spino packen Oder 5 oder so Ja klar Wie heißt denn deiner? Hier rechts, äh links neben dir Spino 85 Ja, das ist zwar nur die deiner, aber gut Ah, aber auf den reite ich grad Ja, 5 Stifts sind drin Muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht selber wegsprengen Mhm In Deckung gehen, bitte Ähm, schmeiß die... Geh in die Ecke und schmeiß die... Also ein Feld vor der Ecke und schmeiß sie aufm Boden vor dich Aha Also gerade nach unten gucken Dann fliegt sie einmal hoch und landet ein halbes Feld vor dir Ich will die grad, wo ich's mache, wenn ich hier einen Spino auch nicht treffe Da geht das Fenster wieder auf Oleg Ja Die Granate lag gut Die sieht gut aus Ja, ihr müsst aber den Spino bitte wegstellen, ne? Achso, dann sprengt ihr euch von oben rein, oder was? Ja Du triffst den Spino gerade Einer steht am Fenster Willst du mal einer wegnehmen? Ja, warte Ja, die sind gleich down, ne? Die Seelings Wow, ich glaub der hat mich grad mit der Stroh beschossen Okay, eine Granate, oder? Der müsste hier oben sein Von oben ist irgendwie beschissen, weil dann kommen wir nicht mehr raus Ja Ich hätt die Tür aufgemacht Ich komm echt danach nicht mehr raus Sonst du kommst ja nicht mehr raus jetzt Ja, aber du kannst bestimmt durchbeißen, oder? Nö Aber du kannst die erstmal kill Da reinschießen Aber die werden jetzt alle runter gehen, ne? Ja, jetzt das Holz kaputt machen Ne, ihr macht nichts Ne, ihr macht nichts Ne, ihr macht nichts Hast du noch Granaten? Dann kannst du die Wand noch aufsprengen Ich glaub, vier Stück hast du gebraucht, ne? Schmeiß mal in die Ecke da Granaten Genau Die zu euch hin, wa? Ja, in die Ecke Ich hab noch fünf zur Not Mal gucken, dass ich auch treffe Ja, irgendwer muss da unten die Wand aufsprengen Ja, die kommt, die kommt, super Die kriegst aber die falsche Ecke, oder? Ist egal welcher Ecke Ja Und damit ist ein Fenster weg Ähm, aber ich komm jetzt nicht weiter Ich hab keine Granaten mehr, Gabax Ja, warte, ich hab noch welche Warte, ich kann in den Spino gucken Ja, warte, ich pack den stehen Mach da bitte die Wand weg So, jetzt hab ich keine mehr Hast du die in den Spino gepackt? Ja, ja, hier, warte Ja, warte, bleib stehen Ja? Ah, du musst zur Hand laufen Die haben sich übrigens alle ausgelockt Ja, dann kennen wir die Das ist Pech ausgelockt So, jetzt? Gibt keine Regeln Ja, die haben sich genau deshalb ausgelockt, ne? Ah, nee, das ist doch noch einer Ja, genau, zweitpaste Du hast schon alle die Granaten zu ihm geschmissen Ja, genau, Seifo, das ist zweitpaste Vorsicht, 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 Spino, Jajo, zurück, Jajo Offen Okay, nochmal Jetzt kommt der Weihnachtsband durch den Schauenstein Hast du noch eine übrig, Chris? Weih noch, jetzt Hast du eine den Steg da runter gefeuert? Welchen Steg? Von dem, von wo aus die sich die ganze Zeit anbölken Oh nein, die geht drüber, glaub ich Ist über die Mauer gesprungen Das ist doch perfekt, so kommst du wieder raus Das war super Soll ich da jetzt runter gehen? Ja, dann rein, oder? Warte, ich komm mich für sie Ja, wie kommen wir da wieder raus? Ja, da kommst du schon raus Ja, da kommst du schon raus Jetzt müssten wir Schaden machen hier, oder? Okay, die haben aber einen Metall Hey! Ja, da oben liegt was Kommst du, vielleicht sind da irgendwelche Sachen drin Aber warte, warte, guck mal kurz Über dem Raum ist ja Da ist doch alles aus Metall Aber wir können ja erstmal gut looten Okay, die haben alles rausgenommen Alter, wie komm ich da hoch, ey? Alles leer, also wir brauchen noch mehr Granaten Ja, brauchen wir mehr, äh, nach Kohle Der scheiß Spinus Geht bitte mal mit den Spinus weg Da laufen 6 oder 7 Forges, ey, da gibt's genug Kohle Oh, da liegt einer Ja, dann rollen weg Ja, die haben sich gerade ausgelobt Alter, da sind Sachen drinnen Zementing Du schießt was? Achso Ja, ich hab eine Chance Achso Ich hab nur Qualvoll Und Ichi-Sattel, cool Mach ich mir gleich mal ein Ichi-Gunpowder, läuft Alter, da sind irrsinnig viele Sachen, wa? Ja, der erste Rate erfolgreich 0, 480 Öl, 300 Bärdl 700 GT Jungs, bitte Mit mal die Spinus weg Das nervt echt Ja, bitte, das ist wirklich Garbax, nicht mehr reinbeißen, bitte Ja, bitte 30 Foundations Metall Foundations? Ne, leider nicht Aber die können wir schon mal zum Vorbauen Langbauern Zementing based All den Immersern ist auch noch Zementing based und alles Ich stell den ein Spino hier hin, das ist scheiße Wir laufen können Ja, genau Wir müssen wieder an den Spino kommen Ja, hier Chris, Immerser Immerser sind 6000 Narko-Bären Das haben wir aber auch schnell zusammen Oh, da ist ganz, das ist ganz, ganz viel Kohle Jungs Gucken, dass du den dann auch noch bewegen kannst Voll Äh, Sepp, kannst du einfach mit dem Spino rückwärts gehen? Ja Ja, guck mal, pack mal was in den daneben Ja, können wir jetzt oben nicht noch schnell ein paar Granaten herstellen? Mit den Sachen, was wir jetzt gefunden haben? Ich glaube Weil ich hab zum Beispiel 480 Öl jetzt Warte kurz, Sebastian Also wirklich Gunpowder hat Chris gefunden Das einzige, was uns halt fehlt, ist die Kohle Und die gibt's dir Nikola, haben wir jetzt Ich wurde gebohlert Ja, wir haben Gunpowder Vorsicht, der schießt mich Da schießt wer, da schießt der Schießt den Tod, mein Helm ist weg Ja, sehr schön Ist die Tür noch auf? Kann mich jemand entbowlern? Ja, Tür ist offen Jetzt alle killen nach innen Kann mich jemand entbowlern? Jetzt seid ihr reingekommen, oder was? Ah, der ist doof, der hat mich Ok, 10 Sekunden Ey, mach mit der Pike, oder? Sehr schön Ja, mach mit der Pike Das wäre übrig Du hast keinen Platz, ne? Warte, der hat die Scheiß-Tier auf, der Idiot, ey Entschuldigung Sind die alle tot? Wir müssen ja aufpassen, dass da nicht einer überlebt Ah, ich hab auch reingekillt Polly Dazu brauchen wir jetzt Granaten für den einen Panzerraum, oder? Ne, da sind wir ja drin Achso Der hat mich gebohlert und dabei hat er die Tür aufgelassen Ja, das ist aber clever Boah, der hat sogar Doppel-Flag-Rüstung Cool Meine erste Flag-Rüstung Danke, Polly Oh, was ist das? Die Offline-Killer Ja, wenn die sich ausloggen Na, die mussten vielleicht ins Bett, kann auch sein Ja, ein Stückchen draußen mit Pfeil und Bogen Ja, was schießt du denn? Bevor der die Tür zu macht Bevor der die Tür zu macht Da kam einer angerannt und hat geschreit Bitte nicht nochmal Oder ist noch einer? Ne, guck mal, der stand neben mir und wollte mir den Kopf schießen Und hat den Spino getroffen Hey, wenn das nur der ein Zweit-Base ist, ist das doch nicht so schlimm Ja Was Zweit-Base Wir hatten das gesagt Haben sie gerade gesagt Ja, genau Ja, genau Aber mich freut das, weil die am Anfang ja so gehässig zu uns waren und uns das Leben schwer gemacht haben Haben wir uns geracht Oh, Jungs, ich bin so voll, ne? Äh Sollts doch nicht so viel drin Kann einer das Metall da mitnehmen? Alter, guckt mal, was da geschmolzen ist, Metall drin ist, das müssen wir alles mitnehmen, wa? Ah Und dann brauchen... Achso, jetzt brauchen wir Granaten auch keine mehr Ihr braucht gar kein Metall mitnehmen Könnt ihr die Spinos draußen mal ein bisschen weiter wegpacken? Man kommt ja nicht hoch und runter Ey, wir kommen aber jetzt trotzdem nicht raus, wa? Nach oben, oder? Ne Ja, den Spino bitte so lassen, den brauchen wir zum Beladen Ja Dann braucht er wohl doch noch Granaten, ne? Ach, warte, das geht Naja, aber der Spino ist auch Hier, kommen wir doch raus Der Spino ist auch gleich voll, ne? Ja, ich mach hier grad das Bug-Pole-Power Kann mal irgendwer da draußen einen anderen Spino herbacken, bitte? Ja, ich mach Mach jetzt Ich hab grad noch 400, ähm Ja, 33 Holz-Foundations brauchen wir eh nicht mitnehmen, oder? Wissen wir warum's gelaggt hat, die haben mit ihren Bronto-Naco-Berries gefarmt Ja, hier können wir noch Gunpowder-Craft Das Teilen muss noch verboten, äh, hier ausgeschaltet werden Also, ich hab Ich hab Ich hab Äh... Wie heißt denn der Spezies? Komm her Ich Only Try Games Only Try Games Only Try Games Aristo So, komm Lumi Lumi Alter, aber das war ja gar nicht so blöd, oder? Die hatten schon ein bisschen was Ich mein, Metall und so, ne? War eigentlich echt gut, dass wir die jetzt platt gemacht haben Oh, die haben ein Rad Also, die hängen hier alles fest hier Das Gebäude reinlaufen einfach immer Ja Ja Ja, jetzt, jetzt Ja, jetzt geht, jetzt Wenn er so hoch geht Lol Die dann auf der Mauer Komm ich hier raus? Auf der Mauer Auf der Mauer Auf der Mauer Auf der Mauer Äh, ich nehme mal hier wieder So wie die uns jetzt mal eigentlich Ah, scheiße zu voll Der Idiot macht die Tür auf, ey Das war echt Fail Schön mit der Schrotze rumgeballert Äh, der hier, der kann auch nicht mehr laufen Der muss nicht irgendwo zu Fuß mitnehmen Aber ist nicht schlimm Hat die überhaupt irgendwer gelootet, die Longneck? Ich ja Bin gleich gekrallt Das Schlimmste an der ganzen Sache ist ja Die Das war eine Schrotze, die ich von einem von ihnen hab Ja Ich hab die Longneck mit genau einem Schuss Wow Weil glaub ich Ja, das lässt sich ja noch ändern Kommt der Spin oder? Nee Der ist zu voll Alter, wie viele Pillars die hier hingesetzt haben, ne? Na, das war der Plan halt die ganze Insel halt voll zu bauen Ja, normal können die jetzt ja eigentlich eh nix mehr machen, oder? Die Base da müssen wir halt irgendwann mal wegsprengen Ja Ja, die sind halt wie wir, ne? Vertrieben aus der Base Vielleicht kommen sie irgendwann wieder Pff, jetzt kommen die mit 5 Gigas Mit 5 Gigas Die ist klar Irgendwie müssen sie uns ja toppen Packt mal irgendwer ins Bienen weg Ja Sonst komm ich nicht raus Mal gucken hier, folgt, nimmt hier jemand den Wem folgt er denn? Er folgt mir, aber was greift er an? Haben wir eigentlich so ne Krimskramsbox? Da sitzt jemand drauf Ich glaub ich Ich glaub das ist die Smoothie momentan, die Krimskramsbox Ja Da schmeißen wir alles ein Hat schon irgendwer ne Base gebaut jetzt? Ich glaub nicht Ich hab mich leider so ne Angewohnheit Für unsere Unordnung Deswegen brauch ich immer ne Krimskramsbox Achso, so ne Müllkiste ja sowas kenn ich Die hab ich auch gerne So Also wieder hoch, ja Erstmal Anfangen Base zu bauen Ja Haben wir schon angefangen Nach 4 Stunden Nach 3 Stunden und 37 Minuten Das hat schon fast 12 Wir haben schon ne Base angefangen Also Ok Ja Mauer ist schon hier am Rand Ja die Mauer Haben wir schon Ja aber wir haben da schon Smitty und alles Following Spinosaurus Ok Ich hab ihn angefühlt Sniper Gelegenheit haben wir auch schon Kannst doch gerne mitnehmen Wir müssen eh Hochtest überladen Man kann da nicht mitlaufen Ah Hier geht leider nicht So Die Insel gehört uns Hey Haben wir den Tribals eigentlich komplett ausgelöscht? Weiß nicht Glaub nicht Normal dürften das alles sein oder? Außer es ist irgendwo abgehauen Also wenn die wirklich noch ne Zweit Base hatten dann Ach das haben die nur so gesagt Ja Sag ja wenn Die hatten sie ja keine Zweit Base Ansonsten würden die da Also ich würd gern Außenpost noch das Metall bauen Sam von Ares Der hat ja auch noch Sachen gesetzt Ja so viel Metall wie das hier gibt Warum nicht? Mh Ares gehörte zu den Den hab ich getötet Übelst viele Strukturen hat der hier noch gesetzt Jo aber ich werd mich auf jeden Fall jetzt verabschieden Weil Ist schon zeitlich Jo Ist morgen auch raus Alles klar Jo dann Tschüss Tobax Jo Wo kann ich mich denn auslösen? Ich lapp mich mal hier irgendwo aus Nicht runterfallen Weil wir zwei gehen ins Boot Stimmt gute Idee Wohin Wiedels Nur Minus Pinoclase Mein Boden ist aber auch gewagt Außerhalb der Base Achso die lässt du ihn weghästen Ich glaub der fällt jetzt da runter Mhm Könntest du dafür ein bisschen was mitnehmen? Was selbst? Klar kann ich Warte Ich in Füll mich einmal Obwohl ich hab auch Auf jeden Fall gut gelootet ey Ja Perlen und Öl und alles mögliche hingehen Ja Achso ja gut dann Aber warte ich kann Ich kann mal Holz wegschmeißen Nö dann bringe ich das gleich selbst weg Alles gut Ähhhh Ihr baut ja gleich hier vorne Loll wie geil sieht denn das da drüben aus mit dem Überhang Ja wir haben hier vorne erstmal alles hingesetzt Damit wir alles erstmal haben Und können jetzt in den Rudi Alter die Bäume da vorne eingang gehören aber auch weg ne Weil Hier hinten wollten wir eigentlich bauen Aber hier ist halt der Metallspot Dann sollten wir den vielleicht doch nicht zubauen Naja es gibt ja noch mehr Metallspot Ja gut aber es ist genug auf der Insel da ne Aber wenn wir immer einen vorderter Haus haben Vor der Tür zum Beispiel ist auch ein Brocken Und da kriegst du 3000 Metall raus mit nem Kühler Und was ist hier los? Er ist grün Ist einfach nur ein grünes Haus Das ist ein safe room Alter Gut Alter wie das aussieht Die Wände sie kommen immer näher Naja Soll ich mal hinhocken genau in die Mitte Und dann im Kreis drehen Nicht zu epilipitiker Genau Ja probier mal Das ist echt super Naja ich bleib beim Pillar wegbeißen Okay ähm Ja ich würde vielleicht den Metallspot hier trotzdem gern behalten Also hier so einfach in die Mitte bauen Hier wo die grüne Fackel steht Ja wir können ja eh da abbauen oder? Wo wir jetzt schon angefangen haben Naja das ist ja zu nah Das ist ja genau vorne an der Mauer Da wollte man ja eigentlich Verteidigungswall hinbauen Ist ja das Problem Sonst brauchen die ja nur die Wand von unserer Base Ja stimmt ja Wie gesagt da wo ihr jetzt baut sie stehen unten drunter auch schon überall Steinfoundations ne? In der Bucht Wie lange war es soll ich heute machen? Es ist 0 Uhr Ah gut Okay Also ich werde jetzt hier dafür dass wir hier anfangen Ich baue jetzt hier einfach Ah Demolition Alter der eine Spin oder ist komplett voll mit Loot Die Spinera Ja Ja die hab ich mir herangebracht 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 Ja die hat Kohle und Kerne an und Ganpa oder Ich baue jetzt hier einfach ich hab nämlich noch Foundations 10 Stück Ja irgendwas kriegt Warum kriegt denn das Bino Schaden Feuer Aber auch wenn der in der Forge steht und so Der steht in der Forge Ah der Forge verreckt Der ist natürlich clever Ja äh Ich hab dir mal noch Seagings und Wände die ich noch in der Tat hingewaucht Jo danke Dass der Typ rauskommt der sich dann wieder von mir töten lässt Also hier würde ich jetzt die Base bauen Dann haben wir den Metall Äh Klotz genau hinterm Haus das ist super Dann brauchen wir nämlich nicht weit weg Und äh Ja dann machen wir das da vorne gleich wieder weg oder? Weiß nicht müsste übersen Wäuchte auf jeden Fall ein paar Foundations Was machst denn du ja? Ach du isst Ja Das sah ja lustig aus Also ich würde die Forges mal sonst hier erstmal stehen lassen Ja lass das stehen Dass es durchbrennen kann Bis das dahinten alles steht Ja Räuchte man halt noch Foundations Ja Weil wir gleich Metall machen oder weil wir Weil Foundation ist nicht so wichtig Weil Wenn ringsherum erstmal Metallwände sind Dann kommst du eh nicht erstmal in der Mitte Ne Aber die äußeren Foundations müssen aus Metall sein Die äußeren ja Also Dienstag ist Viper ja dabei Und dann hast du sowieso in der Stunde da ein riesen Klotz stehen Das stimmt allerdings Genau weil uns fehlt ja noch jemand Der jetzt hab ich ja gar nicht gesagt am Anfang Verdammt Naja Hat er seine Begrüßung dann Am Dienstag Er ist mich ein exzessiver Bauer Ja Unser Baumeister ist eigentlich gar nicht da Deswegen hat das wahrscheinlich alles nicht hingehauen Bob der Baumeister Ja Wie baust du Ja Der Bob der fehlt noch Hehehe An den Lamm rauskopen Den Lamm hat er sich immer selber gegeben Hm Boah diese Piller ne Die machen mich Stein-Foundation Aber was denn hab ich hier überhaupt nicht mal gelernt Ja haben wir am Boot keine Foundation mehr Weiß nicht Haben wir da überhaupt schon alles hochgebracht jetzt Glaub nicht Glaub nicht Ich hab keine Foundation mehr gesehen Ja Okay Puh Ja Ja